Die unvergesslichen Momente in meinen Restaurants sind natürlich immer verbunden mit dem ganzen Paket, welches die Leute bekommen, wenn sie zu uns kommen, sowohl vom Interior, wenn die reinkommen, wie die begrüßt werden, wie hochwertig die Lebensmittel sind und wie schön und simpel diese präsentiert werden und dann wie nett natürlich der Service ist.